Damit sind wir bei den aktuellen Corona-Infektionszahlen. 27.836 Neuinfektionen wurden registriert. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 441,9. Zur Hospitalisierungsrate gibt es noch keine aktuellen Angaben. Die Zahl der zusätzlichen Toten gibt das RKI mit 81 an. Die Impfzahlen werden ebenfalls erst im Verlauf des Tages aktualisiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017